Herzlich Willkommen in unserem neuen BFIT Studio in Walstedt. Ich nehme euch einmal mit den Armen umkleide. Die Arme umkleide am Start. Und einmal duschen. Und wieder raus auf die Fläche. Das ist einmal unser Empfangsbereich. Wir warten sehnsüchtig auf die ersten Kunden. In 10 Minuten ist es soweit. Der Cardiopark. Hier einmal unsere Matrix-Geräteausstattung. Und hier haben wir unseren L&K-Zertel. Unser Function Trainer von Matrix. Frisch am Start. Und das Kernstück und Herzstück unserer Anlage. Wir werden auch super geile Kursgeschichten anbieten. Wir freuen uns auf die Teilnehmer. Wer es erkennt. Es ist aufgebaut wie ein Parcours. Inklusive Cargonetz. Ringe zum Durchhangeln. Für die etwas fortgeschrittenere Variante. Wir haben eine neue Sparste. Da haben wir eine neue Sparste anzubieten. Und wie gesagt auch als Kurseabinale im Angebot. Da müssen wir unbedingt mal reinschauen und mitmachen. Die Multipresse. Und unsere fantastische Fristrationform. Ich muss fest, dass ich gerade Weinpresse darf. Natürlich fehlen mit ausreichend Lieblingsbestückung. Gehen wir weiter in den nächsten Bereich. Wir haben übrigens einen kleinen Sprint Truck hier mit eingebaut. Auch hier können wir das natürlich ausruhen. Um Ende mit zwei Jumpboxen. Die natürlich in Höhe gestellender sind. Ein Boxsack. Der Box dann kommt noch. Die Tage. Und unsere Abwurfplatte für ein fantastisches Kreuzheben. Und natürlich unser Freihandelbereich. Gerade frisch gewischt. Kurzhandel bis 62,5 Kilo. Für die etwas fortgeschrittenere Variante. Beginnend bei zweieinhalb natürlich. Damit jeder seinen Spaß haben kann. Und diverse Matrix Plate Load Geräte. Natürlich auch am Start. Nicht zu vergessen die Möglichkeit auch hier entsprechend mit Squats und so weiter zu arbeiten. Dann haben wir noch die WCs. Das Highlight. Ganz klassisch. Aber doch ganz schick genommen. Ja, wir freuen uns wenn wir euch bald bei uns begrüßen dürfen. Und ja, morgen gibt es einen Tag der offenen Tür. Am Samstag von 11 bis 17 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und guckt euch das Ganze mal uns zur Nähe an. Und wir freuen uns auf eurem Besuch. Ciao.